ja als zweitmonitor dafür was denn da hat ein ts da drauf da siehst du wer da rechts oder discord als total bequem mei zweite monitor schon eine schöne sache ja 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 macht das einen riesigen lüchten großen schreibtisch hier ohne ich also bloß 1 60 lang da steht schon der fette leserdrucker drauf das ja auch wenn er geht querformat machen na ja ich finde das total schwierig manchmal wenn ich auch sonst woanders zock jetzt einmal pass auf exhal oder habe ich manchmal eine serie nebenbei am laufung ist total cool hier ist noch keiner sind alleine ich habe allgemein das gefühl wir sind ja alleine ja noch nichts gehört noch nichts gesehen von dahinten kam ein schisser von wohnt daneben geschmissen scheiße wie heißt das catfish ich hab da auch noch nachbombe ich hab da auch noch nachbombe kannst du dir erstmal umbringen also einhitten jetzt mache ich den rest da sind welche da sind spieler angehautet mit der spark aber einer bis jetzt nur die hypo sterben ja die ist tot der selbst hinter dem hügel hier ja von links links zwitschert ordentlich auch medipack ich seh ihn links nicht hast du mich weggefunden ja hier draußen sind doch welche hier hinten auch bei uns hier ist noch munition hier ist noch medikit guck mal hier nach links ich hatte mit von links gekriegt ich weiß ich sehe aber nicht der ist ganz ruhig dahinten was denn der einer ist weiter rechts einer ist weiter links vielleicht will der andere von links anschleichen kommen genau der links macht er guckt er schon ja anscheinend irgendwas muss ja passieren er ist richtig roter scheiße müssen wir den verbrennen doch langsam druck aufbauen ist sie noch mit gluten kann aber nur einer sein ja ich habe ihn wo angeschossen ist der sniper der hier aber wenn die sniper da in den buchstein bei mir vor ort genau wo ich mich nicht 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 noch einer einer tot auf jeden fall ich weiß nicht ob doch einer lebt aber da hat ja wirklich gar nichts gemacht eine jetzt wenn wir die gelootet haben können wir die auf jeden fall abbrennen eine pistole habt ich guck mal nach ich habe eine lebe dann nimm du die lebe kassen ja ich kann auch mit der spark nehmen kann auch die level haben wir nehmen ruhig kann auch mit das wachs das visier finde ich auch schöner so ich brauche ein feuerchen wir brauchen feuer dass mindestens einer kokel ich hab so aber ich hab doch wo liegt er ich glaube wir können auch den anderen an weil wir da hängen ein müssen wir kosten ja schon mal drauf halten aufgebaut ja also wenn er von catfish kam war der ganz schön lang war die ganze ganz schön langsam muss ich sagen ja wo lag der andere direkt dahinten da da ich seh'n ich habe bis jetzt nur eingesehen da ist das vielleicht der dritte das ist rechts richtung der frau ich mal südwesten westen so westen wo habt ihr denn zu westen da war der mich da ist das da in dem wald da ist das ein anderes team ist das ein bounty im krate nehmen siehst du denn warte musst du tot zu machen da ist einer irgendwo tag gehört beide haben auf mich geschossen gleichzeitig da konnte ich nichts machen kann schon sein dass einer drin ist die türen zu machen wenn er zu uns geht rechte seite die tor das körper zu retten zu matthias rechts sind es sind sogar ich habe eine granate einer stunde wir müssen raus auf einmal rausgehen warte mal ich nehme mir meinen bau und die guck mal scheiße oh da ist noch einer im wald scheiße wie hat er das ist ja auch einer da hinten ist erster das wort in der europa ich habe gerade kampf ich weiß nicht wo der dort ist ich glaube da sind zwei teams jungs ihr müsst mal lukki lukki machen mit der sicht ok ich muss mal eine spritze reinrammen karsten machst du sicht oh scheiße bei mir links ist auch einer wir müssen links ran ich habe ja gar nicht zu spät ich habe ja gar nicht zu kliber wir sind total in die kreis hinter dir sind auch welche karte matthias hallo ja auf beiden seiten munition die ist leer genau genau kannst versuchen genau naja ich glaube nicht dass das was wird doch ich denke jetzt Carsten du bist schon böse nein ich suche die haben doch nicht die haben wir da sind ja mehrere teams das ist das problem rechts tür auf ne also schönes dingen ich glaube hat er der sicht gut danke bitte Carsten guck bevor du überall nochmal wegen sicht ja ja nicht nur die eine hälfte ja geht gleich los warte ich muss erst heilen den fack ich an ja draußen ja soll ich guck mal da richtung 15 grad doch anscheinend zwei aber haben wir mal mit sind da auch noch welche da sind zwei wir müssen vorher irgendwie das sei erstmal einer wieder tot zweiter tot ich bin geplantet war ich gewesen so ich brauch munition wie ich dich kennen nimmst du das wieder als videomaterial ja ja ist doch ein guter ran bis jetzt aber ich komm ja nicht mehr hinterher aller es ist zu deiner seite ja von meiner seite aus nein unser super 10er ran von gestern oh den ich heute gerne in der hundertsten folge aus es passt nicht ich komm ich hab ja noch vom vom märz ich guck mal oh die fleisch sind am looten die sind da hinten da ist einer und da ist oh oh katt lass ich mir noch nicht durch die Lappen gehen so mal gucken ob wir so aber das team ist schon mal weg kall aufheben können warte mal ich guck nochmal oh es sind drei ja immer da sind immer da und der andere ist ganz weit rein nein wie das denn mit einer schall gedämpften frei du wirst auch mal sterben warte warte ui 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 nein oh scheiße ich glaube jetzt kann sie mich wieder aufheben ja warte ich bin einfach heil das ist ein massaker hier gerade ui ui der ist drin ne Pass auf, den mit der Schei gedämpften, der stand da hinten noch. Aber vielleicht kommst du jetzt wieder zu Kall. Ja, den Karsten sehen wir sowieso. Den Karsten sehen die ja. Den Karsten runter war doch gut. Ja, für dich, für mich. Na ja. Du kriegst schon noch deine Runde. Ja, das ist so.